Machen Sie sich Ihr Warum bewusst Wenn ich höre, dass sich jemand für Meditation interessiert, frage ich stets nach dem Warum. Manchmal reagiert mein Gegenüber erstaunt und meint, selbst das leiseste Interesse sei für mich schon Grund genug, mich riesig zu freuen. Meist freue ich mich tatsächlich sehr und habe lediglich ein überzeugendes Pokerface aufgesetzt. Doch die Sache ist die, Wer sich nicht darüber im Klaren ist, weshalb er meditieren will, wird irgendwann feststellen, dass einem das Meditieren nicht immer nur leicht fällt, daraufhin ziemlich schnell entmutigt sein und die ganze Angelegenheit nicht weiter vertiefen. Auch wenn ich in einem Kurs oder bei einem Tag der offenen Tür in einem Zentrum Meditationsanleitungen gebe, stelle ich als erstes regelmäßig die Frage, warum wollen Sie eigentlich meditieren? Meist bekomme ich zu hören, dass die Menschen nicht so total unter Stress stehen wollen, dass sie mehr im Augenblick leben oder lernen wollen, wie sie leichter mit den eigenen Emotionen arbeiten können. Bei all dem hilft Meditation Ihnen weiter. Dazu müssen Sie lediglich am Ball bleiben. Um Ihnen das zu erleichtern, habe ich eine Art Zehn-Punkte-Plan entwickelt. Der Zehn-Punkte-Plan Schritt 1 leitet Sie an, Ihr Warum, Ihre Intention in Erfahrung zu bringen. Auf diesen Punkt kommen wir gleich zurück. In Schritt 2 erlernen Sie die Meditationstechnik. Im Schritt 3 geht es um die Kultivierung zweier Hilfsmittel, die Sie für eine solide Meditationspraxis brauchen. Achtsamkeit und Gewahrsein. In Schritt 4 entwickeln Sie Beständigkeit. Schritt 5 verhilft Ihnen zu einem tiefer gehenden Verständnis von Sanftmut. In Schritt 6 finden Sie heraus, wie Sie mit Hindernissen, die in der Meditation auftreten, arbeiten und Sie überwinden können. In Schritt 7 können Sie lernen, sich aus der Vereinnahmung durch Emotionen zu lösen. Schritt 8 bringt Sie mit dem friedvollen Zustand, der Ihnen innewohnt, in Verbindung. Ziel von Schritt 9 ist es, jemand zu werden, der wahrhaft praktiziert. In Schritt 10, dem letzten Schritt, lernen Sie auch dann im gegenwärtigen Augenblick zu ruhen, wenn Sie nicht auf dem Meditationskissen sitzen. Wer sich an diese 10 Schritte hält, davon bin ich aufrichtig überzeugt, wird nach diesem Hörbuch nicht nur mit einer Meditationspraxis begonnen haben, sondern auch schon erkennen können, welch positiven Einfluss sie hat. Erst einmal aber führt kein Weg an der leidigen Frage nach dem Warum vorbei. Die Frage nach dem Warum Auf die traditionelle Meditationshaltung kommen wir im nächsten Kapitel zu sprechen. Begnügen wir uns für den Moment damit, uns ein bisschen aufzuwärmen. Zu diesem Zweck setzen Sie sich bitte gerade hin und nehmen sich eine Minute Zeit, um bei Ihrem Körper mal kurz nachzufragen, ob alles in Ordnung ist. Anders ausgedrückt, verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über Ihr körperliches Befinden. Fangen Sie mit den Füßen an, um sich dann bis zum Kopf hoch zu arbeiten. Sollten Sie feststellen, dass Sie an irgendeiner Stelle besonders angespannt sind, dann bringen Sie ein Empfinden von Entspanntheit dorthin. Holen Sie, sobald Sie sich ein bisschen geerdet fühlen, ein paar Mal Tiefluft und entspannen Sie sich. Widmen Sie nun Ihre ganze Aufmerksamkeit der schlichten Frage Warum will ich eigentlich meditieren? Was motiviert mich dazu? Nehmen Sie die Antworten, die Ihnen daraufhin einfallen, lediglich zur Kenntnis. Bei dieser Kontemplation sollen Sie sich nicht auf eine Antwort konzentrieren und herausfinden, ob sie logisch ist. Ganz gleich, welche Antwort Ihnen in den Sinn kommt, lassen Sie den Gedanken freien Lauf, bis Sie entweder verschwinden oder sich erneut bei Ihnen melden. Ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, einfach immer wieder zur Ausgangsfrage zurückzukehren. Sollten Sie abgelenkt werden, beispielsweise indem Ihnen der Gedanke kommt, was Sie gern zu Mittag essen würden, kritisieren Sie sich nicht dafür. Stellen Sie sich einfach nochmals die Frage, was motiviert mich zum Meditieren? Schauen Sie mal, ob es Ihnen gelingt, drei Minuten lang mit der Aufmerksamkeit bei dieser Frage zu bleiben. Sie können sich, wenn Sie wollen, den Wecker stellen. Lassen Sie anschließend die Frage komplett auf sich beruhen. Atmen Sie erneut ein paar Mal tief durch. Und indem Sie aus der Kontemplationsphase auftauchen, ist es nun an mir, ein paar Fragen zu stehen. Hatten Sie bei einer dieser Antworten den Eindruck, sie sei zutreffend? Gab es eine, die Ihnen immer wieder in den Sinn kam? Wenn ja, wissen Sie dann jetzt, warum Sie sich auf den Weg der Meditation begeben wollen? Sie werden immer von einer Intention geleitet. Nerve ich Sie mit dieser speziellen Frage nach Ihrer Motivation? Allerdings stelle ich Sie aus gutem Grund, denn Sie führen Ihr Leben bereits mit einer Intention, selbst wenn Sie sich darüber nicht im Klaren sind. Zur Verdeutlichung ziehe ich hier eine klare Trennlinie. Zwischen einer bewussten und einer unbewussten Intention besteht ein Unterschied. Eine bewusste Intention liegt dann vor, wenn Sie imstande sind, sich auf Ihr Leben einzustimmen und genügend Selbstgewahrsein an den Tag zu legen, um sagen zu können, aus welchen Gründen Sie diese oder jene Sache tun. Ein Beispiel. Vielleicht haben Sie gerade eine anstrengende Woche hinter sich und wollen gleich nach Feierabend ausgehen. Eine Pause einzulegen, sich ein wenig zu besinnen und zu versuchen, eine bewusste Intention zu entwickeln, dazu bleibt Ihnen nach eigener Einschätzung keine Zeit. Also trinken Sie mehr als reichlich, um die Idioten, mit denen Sie zusammenarbeiten, zu vergessen. Anschließend fallen Sie, weil Sie so viel getrunken haben, beim Tanzen über die eigenen Beine, machen sich selbst zum Narren und trinken daraufhin einfach noch mehr, um sich nicht mit einer dieser primitiven, aus Aggression und Verlegenheit resultierenden Emotionen befassen zu müssen. Und schließlich, am Ende des Abends, kotzen Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes aus und lassen so, indem Sie sich übergeben, die Emotionen zusammen mit all den Gin Tonics doch noch raus. Gute Getränke war nebenbei bemerkt. Gehen wir zurück auf Anfang, um das gleiche Szenario noch einmal zu durchlaufen, diesmal aber mit einer bewussten Intention. Während Sie Feierabend machen, beschließen Sie, sich erst einmal eine Verschnaufpause zu können. Sie gehen spazieren, setzen sich in den Park oder schauen mal kurz zu Hause vorbei, um zu duschen. Sie nehmen sich ein wenig Zeit, über den heutigen Tag nachzudenken, schaffen Raum für einen Übergang zwischen Arbeitsalltag und Wochenendvergnügen und gehen der Frage nach, was ist meine Intention für heute Abend? Nachdem Sie sich über einen Zeitraum von ein paar Minuten immer wieder diese Frage vergegenwärtigt haben, durchaus auch während des Einkaufs im Supermarkt oder bei einem Spaziergang, wird Ihnen klar, dass Ihnen vor allem an dem Kontakt mit den Freunden, die Sie am Abend treffen werden, gelegen ist. Denn die treffen Sie im Grunde viel zu selten. Sie ziehen also los. Aber anstatt sich zu betrinken, genießen Sie mit den Freunden ein paar Drinks, entspannen sich und lassen die freundschaftlichen Bande neu aufleben. Ob Sie nun tanzen, andere Leute kennenlernen oder nicht, das ist alles in Ordnung, weil Sie mit Ihrer bewussten Intention im Einklang stehen. Nun habe ich Ihnen eine weit ausholende Antwort auf die Frage gegeben, warum ich Sie damit nerve, dass Sie unbedingt Ihre persönliche Motivation für die Meditationspraxis herausfinden sollten. Wenn Sie Ihr Leben in Übereinstimmung mit bewussten, im Unterschied zu unbewussten, Intentionen führen, davon bin ich fest überzeugt, dann haben Sie alles in allem ein erfüllteres und glücklicheres Leben. Und Sie müssen sich nicht so häufig übergeben. Wichtig! Normalerweise komme ich in meinen Texten nicht so beharrlich und stur, immer wieder auf einen Punkt zu sprechen. Aber hier legen wir gerade den Grundstein, der zum Ausgangspunkt unserer gemeinsamen Reise wird. Darum sollten wir es unbedingt richtig angehen. Warum dieser Punkt so wichtig ist? Weil die Meditationspraxis uns einiges abverlangt. Da, nun ist es raus. Ich gebe es zu, Meditation bringt uns zwar zig Millionen Vorteile von einer verbesserten Gesundheit über Stressreduzierung bis hin ganz generell zur Freude am Leben. Aber wir haben eine lange Reise vor uns und die Zeichen des Erfolgs sind nicht immer so ohne weiteres ersichtlich. Sollten Sie sich also irgendwann mal entmutigt fühlen, mehr zum Thema Entmutigung im Kapitel 6, können Sie auf diesen ganz markanten Grundstein zurückblicken und sagen, ja, genau, darum mache ich das. Ich will freundlicher sein, größeres Selbstgewahrsein an den Tag legen, nicht die ganze Zeit total unter Stress stehen. Falls Sie nun die eigene Intention insoweit geklärt haben, dann halten Sie diese bitte schriftlich fest. Schriftlich 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 Vielen Dank.